Sonja Kirchberger ist eine österreichische Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ihren Durchbruch hatte sie 1988 als Coco in dem Erotikfilm Die Venusfalle. Leben und Karriere Sonja Kirchberger wuchs mit drei Brüdern auf. Sie absolvierte eine zehnjährige Ausbildung in klassischem Tanz. Sie war als Kind von 1974 bis 1978 Tänzerin im Ballett der Wiener Staatsoper. Danach arbeitete sie als Zahntechnikerin und Fotomodell. Regisseur Robert van Ackeren entdeckte Kirchberger nach eigenen Angaben in einem Möbelkatalog und gab ihr 1988 auf Anhieb eine Hauptrolle in seinem Erotikfilm Die Venusfalle. In diesem Film wurde sie als Coco einem großen Publikum bekannt. Danach nahm sie Schauspiel-, Sprech- und Gesangsunterricht, wofür sie drei Jahre in Los Angeles verbrachte. In den 1990er Jahren wurde Kirchberger dann eine der bekanntesten Darstellerinnen des deutschsprachigen Films. In Dieter Wedels Fernsehmehrteiler Der König von St. Pauli knüpfte sie 1998 mit einem gekonnten Striptease wieder an den Beginn ihrer Karriere an. Immer wieder wurde sie in erotikbetonten Rollen eingesetzt. 2009 besetzte sie Regisseur Thomas Freundner als böse Stiefmutter und Königin in dem Märchenfilm Schneewittchen aus der ARD Reihe 6 auf einen Streich. Neben ihren Arbeiten vor der Kamera steht Kirchberger auch wiederholt auf der Theaterbühne. Dreimal verkörperte sie Z. B. im Berliner Dom Die Buhlschaft im Jedermann. 2006 spielte sie bei den Wormser Nibelungen Festspielen die Rolle der Isolde und 2005 las sie in Wien die Vagina-Monologe. 2015 spielte sie bei den Bad Hersfelder Festspielen unter der Regie von Dieter Wedel ihre Ansicht nach ihre erste komische Bühnenrolle. Darüber hinaus betätigt sie sich als Synchronsprecherin. 2016 nahm sie an der neuen Staffel der RTL-Tanzschule Let's Dance teil. Ihr Tanzpartner war zunächst Ilya Russo, der jedoch vor der vierten Sendung wegen eines Hexenschusses ausschied. Die Nachfolge übernahm Fadim Gabusow. 2020 nahm Kirchberger an der RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Teil und belegte den neunten Platz. Kirchberger ist Mutter einer Tochter und eines Sohnes. Sie war mit ihrem Schauspielkollegen Jochen Nickel von 2001 bis 2012 liiert. Und lebte mit ihm einige Jahre auf Mallorca, zwischenzeitlich hatte sie ihren Hauptwohnsitz in Berlin. Mittlerweile betreibt sie mit ihrem 14 Jahre jüngeren, argentinischen Freund ein Restaurant auf Mallorca. Ihre Nichte ist die Fußballspielerin Virginia Kirchberger. Auszeichnungen 2018 – Pfeifenraucher des Jahres